hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde sturm block ja jeder sterne rhein und 4 4 ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet aber bei der vorbereitung ist mir auch gefallen ich habe auch mal strom problemen massiv gehabt ja da bin ich hingegangen habe das versucht eine folge ich habe die folge versucht aufzunehmen und habe dann gesehen der strom reicht gar nicht habe ich einen zweiten reaktor gebaut der zu 20k output und habe dann gesehen dass die batterie voll wird und sich nicht leert dann habe ich mitgekriegt die kabel kann nur 20k leiten aber der prozent so um die 40k habe da jetzt noch drei anschließungen gemacht dass er wirklich abgesaugt wird und ich gleich wieder hoch pingeln und wir runter pingelt batterie war immer voll obwohl die hauptbatterie leer war so jetzt haben wir noch noch mal starten wie man heute vom projekt wird das schöne buch das heißt sie brauchen ein kasko ein kasko schon mal gemacht da machen wir gleich noch mal einmal durchlaufen ja jetzt läuft das auch mit strom vernünftig ja die hatte ich in der ersten folge was ich aufgenommen habe so was sagen wir mal runter sie hatte ich schon mal in der ersten folge gemacht die wir versucht hatten aufzunehmen 2 4 und 4 so wir haben 0 hier wegnehmen 4 1 2 3 4 und 4 1 2 3 und das dauert jetzt das ist jetzt nicht richtig irgendwann strom ich hoffe es reicht 266 kilo jetzt mächtig 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 langsam also insgesamt brauche ich erst mal ein aber für den chaos tier das chaos draconik brauchen wir auch noch ein also heißt dass wir brauchen drei insgesamt links und rechts und das teilen wo das item rankommt und einmal selber das ist drei stück und wie ihr seht er reißt richtig am strom sollte batterie leer sein video 43 44f 1011 und er macht 18,7 ich mache mal den klein auf wie seht ich habe hier überall in der umdrehen blöcke um den zu kühlen ganze ganze gold blöcke ausgenommen und da hat jetzt in der umdrehen ich hoffe mal man strom reicht diesmal ich habe es ja wie soll ich sagen die mc farm so weiter ist auch schon teilweise durchgelaufen wird das letzte mal bevor die mc probleme hatte was reingelegt aber so viel ist da noch nicht aus leider drohen habe ich alles wie abgebaut und also drohen 5000 stück und häuschen und so habe ich alle schon umgequartet imc sollte auch soweit ich auch schon lernen heute habe ich mir 37 habe ich nichts da habe ich habe ich ja 21 51 also anderthalb sechs schon wieder in zwei stunden viel mal darum das erreicht so ist jetzt schon fertig können wir mal alles zusammensuchen für den dracheneier und diamanten habe ich sogar extra extra noch im end dracheneier haben habe ich gesehen dracheneier haben auch imc was habe ich um meine ganzen dracheneier gemacht die habe ich alle hier reingelegt also zwei dracheneier brauchen wir habe ich natürlich nicht haben das deckt diamanten haben und zum teil ok habe ja also meine batterie sollte jetzt richtig schön möchte ich schon leer sein ja hätte man zwischendurch mal irgendwann mal meine batterie noch ein bisschen größer bauen soll oder auch eine andere batterie setzen sollen dann wäre das problem nicht gekommen von meckern ist ein bisschen schön oder einfach nur ein bisschen größer bauen wollen wir das mal versuchen weil wir und ganz schnell gucken die haben bestimmt kein ein bisschen größer das ich 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 Und jetzt sollten wir Weibungen machen können, brauchen wir da eine Mitte, Weibungsbrüste 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 Schade Schade Ich hab schon 3 Ne gut, lass ich nur einen machen Egal Egal Zeit haben wir jetzt schnell Gehen wir nochmal runter gucken Schnell Wir haben eigentlich nicht Mein Strom hat doch nicht gerecht Komm Nimm es einfach mal raus Jetzt machen wir 4 4 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 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 6 6 9 5 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 10 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 14 11 11 14 11 12 11 12 12 12 12 12 13 14 11 12 12 14 14 15 Schön das weggepackt ist. hallo aber gut ausloggen wollte ich noch für links fertig haben draconik muss noch ein paar sachen machen denn environment tech müssen auf jeden fall machen ich hoffe mal das backt hier nicht so rum wie in einem projekt ok da ist richtig weggepackt machen wir das ganz gut so ich habe mir mal ganz kurz eingegeben ich habe den hier gerade gehabt ich habe den hier gerade gesehen so claim und den auch noch claim fertig die türen wieder hinstellen ich schmeiße den jetzt auch wirklich weg und wie ihr seht es ist nichts mehr im inventar den habe ich wirklich weggeschmissen nicht das eine sagt den hast du ja scheetet und so weiter ich hatte den schon dreimal gehabt viermal such mal also ach das da ist der hin habt ihr gesehen da war er aber auch egal möchte ich auch nicht mehr haben trashcam weg ja sieht doch schon mal gut aus inwiefern erwecken chaoscore haben wir natürlich kein über haben wir noch alles dafür ein chaoscore dann machen wir nämlich nur ein 4 und 4 haben wir 1 2 3 4 4 1 2 3 4 so zack 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 und ein chart rein fertig sieht halt nämlich doch schon mal ganz gut aus projekt e machen wir da noch ein zwei questen bis das fertig ist dunkle materie geht hauke alchi opposing poi als tor ist ist keine Projekt Red, also die hat er kein EMC. Oh! Evil Quartanwer, Diamantentruhe. Jetzt wäre cool, wie ich das alles da reingepackt habe. Oh, hab ich. Ich war clever. Mittlere. Jawoll. Und Ruhe. Nein, Huhn habe ich natürlich nicht. Ah, Ruhe habe ich nicht. Viel Gold und ein Infused. Viel Kohle. Vier. Und dann Infused. Infused. Eins, zwei, drei, vier. Und der ist auch fast fertig. Der Hochwertige ist auch fertig. Bin ich gespannt. Ich hab den doch drunter. Ich hab hoch aufgeschrieben. Na ja gut. Hab ich das euch noch mal gezeigt. Gehen wir mal den Cluster. So. Dann haben wir die Tool und die Energy. auch nochmal. Zack. Hier unten kommen die ganzen Loot Chests noch rein. 10 Ks brauchen wir auch nochmal. Zack. Ja, sieht jetzt ziemlich gut aus. Drakonik ein bisschen noch was. Projekt E ist eigentlich reines Durchkraften. Ist nicht weiter schlimm. Das kann ich nicht so machen. Mach ich alles nicht mal. Das ist alles nicht so. So. Müsste ich. Das ist auch kein weiteres Ding. Generaten Power. Naja. Es sind die ganzen Generatoren nochmal zu bauen. Ist eigentlich nicht. Dürfte eigentlich nicht. Weil es schlimm sein. Denn die ganzen Solar Panels. Und die ganzen. Das wird so. Der Rektor. Ich weiß nicht warum ich den Rektor. Ich hab den vorne alles gebaut. Aber naja. Das wird so ein bisschen das Problem sein. Hier. Die Sachen mit Tech. Ich hoffe das funktioniert. Äh. Warum hat er das nicht angenommen. Trotz sagen. Er muss die Spitze genommen machen. Ah der doch. Ja. Der Zerstörer. Also alles in der nächsten Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst kein Abo und kein Like da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020